Ähm, aber warte mal, da hinten die Brücke erinnert mich an so eine Stelle in Offenbach. Wo komm ich denn da jetzt hin? Alter! Da ist einer von oben runtergefallen, einfach hier aufs Dings geklatscht. Was zur Hölle? Ist der von da oben runtergesprungen? Okay. Hat der gerade irgendwelche Aktienkurse gesehen? Und ist gerade irgendwie seine ganze Kohleflöten gegangen und er ist dann aus dem Fenster gesprungen. Alter! Hallo Dancing Queen. Ja, du kommst genau richtig. Der ist nämlich gerade von da oben runtergesprungen und es hat einfach Platsch gemacht. Alter! Was passiert hier in dieser Welt? Alter! Tempi! Oder! Thema. Untertitelung des ZDF, 2020